herzlichen willkommen zu marktupdate live hier auf dem youtube kanal von comdirect ich bin und freut mich dass ihr dabei seid ja wir haben heute einen spannenden handelstag im dax gesehen gehe ich natürlich gleich darauf ein ansonsten wie immer in dieser mittwochs folge in zwei teilen der erste teil ist allgemeine marktüberblick der zweite teil ist dann euer fragenteil da geht es natürlich dann um eure fragen zu unternehmen börsen finanzmarkt themen was euch auch immer dahingehend einfällt ich gebe dann meine antworten darauf zumindest versucht ihr habt die möglichkeit während des formats in dem chatfenster neben dem videofenster eure fragen reinzustellen ich schreibt die dann raus werde versuchen dass ich natürlich davon möglichst viele mit rannehmen ansonsten habe ich hier ja doch einige von euch schon bereits im vorfeld bekommen die habt ihr nämlich dann entsprechend unter den kommentarzeilen in unter dem videofenster entsprechend reingeschrieben da habt ihr nämlich auch diesmal die möglichkeit dann unter diesem video für die nächste sendung eure fragen rein zu posten sprich dann für zum beispiel montag 17 uhr da bin ich ja entsprechend auch wieder hier und werde dann auf die fragen eingehen können so ich würde vorschlagen natürlich noch mal der hinweis wenn euch das format gefällt lasst einen daumen hoch dann wenn nicht einen daumen runter schreibt mir gerne die kommentarzeile rein was euch nicht gefällt ihr könnt mir natürlich auch gerne reinschreiben was euch gefällt ist auch schön ansonsten habt ihr die möglichkeit den youtube-kanal von com direkt zu abonnieren und könnt natürlich auch einen alarmbutton drücken dann bekommt jedes mal eine benachrichtigung wenn ein neues video hochgeladen wird ich wurde jetzt aber vorstanken wir legen mal los und gucken uns mal an was der dax heute so schönes vollzogen hat und das ist nämlich tatsächlich überraschend wir sind heute über die 16.000 punkte marke zumindest mal signifikant hinausgestoßen wir waren heute im hall schon 16.168 punkte und ihr seht wir sind auf dem weg zu den allzeit höchstkursen die ungefähr bei 16.300 und was haben wir hier 50 punkte ungefähr liegen in dem dreh beziehungsweise 16.470 punkte werden dann das verlaufs hoch genau also wir sind auf jeden fall auf dem weg in richtung der allzeit höchstkursen das ist natürlich schon dahingehend ganz spannend weil damit viele marktteilnehmer und ich ganz ehrlich gesagt jetzt auch nicht gerechnet hätten dass wir heute diesen satz machen ich hätte mir vorstellen können dass wir das so ein bisschen zwischen den feiertagen sehen aber hier scheint so wohl einige positive positiv gestimmte marktteilnehmer das wasser nicht halten zu können wir gucken uns mal den langfristigen chartern das sieht mich auch ganz spannend aus sie sehen dass hier eine sehr sehr schnelle trendumkehr stattgefunden hat das heißt wir haben wir diesen abwärtstrend verlassen sind buchstäblich durch alle widerstände gesprungen haben auch gar nicht lange mit der 16.000 punkte marke rum gehadert sondern hier wirklich sehr sehr zügig eben drüber hinaus geschossen man sieht jetzt ist die frage wie nachhaltig das ganze ist wir bekommen heute noch einige preis- und konjunkturdaten aus den usa könnte nochmal so ein härtetest ein bruchtest werden wir bekommen auch noch eine rede von jaron paul am freitag in einem sogenannten fireside chat von der us atlanta da nimmt er den teil und steht rede und antwort und wir bekommen natürlich noch mal einige konjunkturdaten zum beispiel aus china in form von den einkaufsmanager indizes am morgigen tag und beisburg gdp zahlen aus den usa also einige dinge die noch mal so ein bisschen störfeuer geben könnten aber ganz spannend da sind wir auch schon in den usa und gucken was der sp 500 macht der ist dann nämlich nicht ganz so frohlockend unterwegs sondern hält sich noch so ein bisschen mit der 4600 punkte marke auf wir sind momentan bei 4560 punkte wenn ich es richtig in erinnerung hatte und versuchen dort einen ja wie soll man sagen kursboden auszubilden beziehungsweise in diesem niveau und so ein bisschen zu stabilisieren die seht es moment langfristig hier genau da sieht man also dass dieser bereich doch ein relativ starker widerstandsbereich erst mal darstellt das was der dax jetzt schon vollzogen hat heute da steht dem s&p 500 wenn dann noch bevor wobei wenn ihr gestern das derivatedeep da oder den roundtable derivate roundtable muss ja eher sagen gesehen habt dann seht ihr dass da doch viele investmentbanken eher skeptisch sind und die frage ist ob tatsächlich solche bullische stimmung dann momentan angesagt sind ich habe auch gestern bereits so ein paar die ersten indikationen für das nächste jahr gesehen und die liegen ungefähr zielzonen mäßig die positiv gestimmten banken wie zum deutsche bank ich glaube goldman sachs liegen so ungefähr bei 4800 bis 5100 punkten im kommenden jahr für den s&p 500 das wird aber keine einwandstraße beziehungsweise kein an der schnur gezungen markt werden sondern hier erwartet man dass das erste jahr durchaus etwas ruppig werden kann und dann zur zweiten jahres hälfte etwas besser ähnlicher tenor gestern auch bei dem der warte roundtable guckt euch den gerne an da gibt es ein paar statements von morgen stanley bnp und so city general zumindest von deren vertretern war ganz spannend und demzufolge auch ganz interessant eben für die kursziele im amerikanischen markt gucken jetzt last but not least mal auf dem nasdaq 100 index das ähnlich spannend der ist nämlich momentan zug fährt es bleibt dabei die großen amerikanischen tech werte machen die musik heute gibt es übrigens zahlen von salesforce da sollte man auch noch mal ein auge drauf haben und morgen gibt es die zahlen von dell weil wir schon bei großen tech werten sind es dürfte insgesamt ganz spannend sein gerade für die technologie branche gerade für die pc hersteller ich habe gesehen empfinde ihn heute eines der leittiere beim dax also von daher natürlich ganz spannend was dann die tech werte insgesamt man hier sieht man auch dass die stimmung bei den tech werten in den usa wesentlich bullischer ist wir sind wieder über den 16.000 punkte bereich machen so ein bisschen den dax wenn man so will und hier sieht man eben auch dass die konsolidierung die wir zuletzt im nasdaq 100 gesehen haben eine klassische bullenmarkt konsolidierung war das heißt wir haben wir diesen starken anstieg gesehen dann diese klassische sägezahn seitwärts gerichteter markt also wirklich eine klassische bullische konsolidierung ohne große notwendigkeit die wäre wirklich erst böse geworden wenn wir hier tatsächlich nach unten ausgebrochen wäre wobei es auch ein bisschen unfair war muss man ganz ehrlich sagen hier ist nämlich im endeffekt und forts breakout zu sehen also hier hätte man hat man tatsächlich doch noch bevor dieser anstieg kam einige bullen abgeholt und danach ging es erst hoch ist ja wie gesagt ein bisschen ja unschön gewesen aber insgesamt war diese formation mal wieder bullisch das heißt wir sehen also hier die gute möglichkeit dass zumindest meine fortsetzung bis zu den alten höchstkursen hier erfolgen kann im bereich von 16.600 punkte sag ich mal pi mal daumen also da wäre natürlich auch noch etwas platz so damit bin ich durch mit teil 1 ich komme zu teil 2 auf eure fragen meine antworten ich sehe schon einige fragen sind drin kollegen vom deep dive gestern haben gesagt mit dem nächsten jahres geht es runter kannst du das bestätigen na gut wenn ich meine glaskugel reingucke bleiben wir mal bei den allgemerken ich denke dass denn das nächste jahr tatsächlich gar nicht so stark getimt werden kann erste halbjahr zweiter halbjahr ich glaube tatsächlich bestehen auf jeden fall zwei neuralgische punkte im kommenden jahr die man auf der agenda haben sollte es könnte sein dass das erste quartal bereits wirklich sehr sehr unschön wird da erinnere ich mich so einige jahre das war die ähnliches setup wie dieses jahr was wir momentan sehen das heißt es könnte tatsächlich sein dass wir gleich im januar megamäßigen abverkauf sehen wir einfach viele sagen hey 2023 war top was soll 2024 noch kommen ich mal jetzt erstmal kasse hau alle bestände raus die mir zu groß zu ja zu schwer insgesamt sind und gucken dann sozusagen wie sich das jahr darstellt das heißt die korrektur phase würde tatsächlich in die er ins erste quartal rein laufen das heißt abverkauf leichte konsolidierung seitwärts markt dann der blick auf die zahlen das heißt was kommt vom ersten quartal an indikation für das gesamte markt und danach würde sozusagen eventuell eine aufwärtsgerichtete marktstimmung kommen zweites szenario ist tatsächlich das ab zweiten halbjahr wird es ungemütlich das heißt das dritte quartal wird das eklige quartal im nächsten jahr das heißt im ersten jahr spielen die investoren tatsächlich die gleiche melodie wie in diesem jahr das heißt fortsetzung der jahres endrallye wir ziehen also so seitwärts bis leicht aufwärts gerichtet nach oben dann kommt zum zweiten halbjahr vielleicht die erste zinssenkung in den usa ersten stimmung man sieht eben auch was für inflationsschäden tatsächlich der konsum angestellt hat wie sich die notenbanken positionieren ob es tatsächlich eine größere abkühlung gibt ob zum soft landing oder hard landing kommt wie auch immer das ganze spielt dann sozusagen in die zweite jahreshälfte oder ende der ersten halbjahreshälfte rein und wird dann im sommer unschön also das heißt dann haben wir nämlich einen neuralgischen punkt wir haben geringe handelsvolumen wir haben verkaufsdruck wir haben schlechte konjunkturnachrichten die sich dann wirklich auch zeigen die bewertung der unternehmen wären insgesamt zu teuer die frage ist okay jetzt reagieren dann vielleicht auch noch die notenbanken mit zinssenkung ist da mehr im feuer und man hat dann sozusagen so eine automatisierung des prozesses das wäre denkbar was ich momentan als eher unwahrscheinlich sehe ist dass tatsächlich das letzte quartal ein schlechtes wird also dass wir zuerst hochlaufen und dann korrigieren ich glaube tatsächlich die die wahrscheinlichkeit einer größeren marktkorrektur liegt im ersten beziehungsweise im zweiten quartal halt zum jahresmitte hin und dann könnte sozusagen ab dem dritten also mitte des dritten beziehungsweise ende quartals ende des vierten quartals sozusagen dann die positive stimmung an den märkten sein weil dann halt auch vieles sich natürlich dargestellt hat wir haben auch in diesem jahr noch sehr sehr viel basis effekte gehabt die haben im ersten halbjahr vollends rein gestrahlt deswegen waren die dritten quartals sein so wichtig bei den unternehmen also viele viele aspekte die einfach da eine ganz ganz wesentliche rolle gespielt haben und die im nächsten jahr wirklich ausgepreist werden wir haben im nächsten jahr saubere erste quartal zahlen weil wir kein basis effekt in diesem jahr gut man könnte sagen die kein imani wäre ein basis effekt aber sehe ich tatsächlich nicht so sondern das ist ein ganz normaler neuer disruptive ansatz neue technologie richtung die einfach sich zeigt dann wie weit die läuft das heißt wir haben halt nicht solche geschichten dass irgendwelche steuersenkungen geldpolitische änderungen ja inflationsszenarien wie auch immer oder kovid entsprechend da eine rolle spielen und von daher bin ich da dahingehend gestimmt dass das nächste jahr durchaus ganz interessant wird aber wie gesagt es wird kein leichtes handelsjahr werden so ja auf jeden fall jeder sollte eine glaskugel haben ich habe auch eine hier die steht hier immer seit seitlich bei mir am tisch die kann jetzt aber nicht zeigen weil ansonsten rennt ihr alle los kauft die bei amazon und dann braucht ihr das format nicht mehr so ich würde vorschlagen captain igloo aktien ja genau normat food gucken wir gleich mal foods genau jetzt gehen wir erstmal auf die aktien ein die ich in der in der beschriftung in der überschrift zeile mit drin habe weil sonst sind diejenigen enttäuscht die heute deswegen extra eingeschaltet haben wir gucken als erstes mal auf die iridium aktie das ist ein satellitenunternehmen beziehungsweise ein unternehmen was sich mit kommunikation im bereich der satellitenkommunikation beschäftigt dass die spielen also beziehungsweise stellen nicht selber unbedingt die satelliten her sondern die managen die haben entsprechend welche im orbit und haben damit ein netzwerk was dann eben den unternehmen zur verfügung gestellt wird und moment das sind die falschen dahingehend ganz spannend weil wir natürlich auch in richtung starlink zum beispiel von ilo musk immer wieder natürlich auch den hinweis haben wie wichtig diese ganze ganze technologie natürlich insgesamt ist man sieht aber auch hier dass wir natürlich einige übertreibungsphasen jetzt gesehen haben da waren einfach viele marktteilnehmer extrem bullisch dieser ganzen technologie gegenüber eingestellt was natürlich auch entfacht wurde weil einfach durch die pandemie die wir gesehen haben durch die technologisierung durch schnelle datenwege durch iot also internet of things smart cities und so ein kram wurden natürlich genau darüber spekuliert ob entsprechend die satellitenkommunikation dann eben hier wirklich das nonplus ultra ist also man spricht hier natürlich zum beispiel genau internet of things man spielt spricht hier drüber mobile konnektivitätslösungen wie zum beispiel autonomes fahren da spielt das auch alles eine wichtige rolle aber es hat natürlich auch ein problem dahingehend weil wenn natürlich weniger autos entsprechend gekauft werden die dann auch autonom fahren würden spielt werden natürlich auch weniger diese dienstleistung anspruch genommen das zweite ist dass die 5g technologie dem ganzen aus und stück weit gegenüber steht das heißt ja die werden natürlich auch über die satelliten entsprechend natürlich verbreitet und entsprechend ausgesendet aber hier sind halt auch teilweise die großen carrier die dann natürlich eine viel größere dichte der kommunikationsmöglichkeiten haben das heißt man braucht dann auch hier nicht mehr diese ganzen bandbreiten insgesamt sondern man kann hier einfach diese diese engeren oder die die höhere kapazitäten bei den neuen 5g bandbreiten einfach besser nutzen und hat dann dahingehend einfach weniger notwendigkeiten eben solche kommunikationswege zu nehmen das hat sich auch so ein bisschen gezeigt dass eben die die umsätze sich in dem zusammenhang auch eher so langsam entwickeln das heißt wir haben hier ein siebenprozentiges umsatzwachstum in den letzten jahren gesehen das soll auch in den kommenden jahren so bleiben das ist natürlich klar es ist kein mega bullischer wachstumsmarkt weil man nicht einfach sagen kann okay huch da stimmt da gibt es ja noch irgendwas mit satellitenkommunikation beziehungsweise natürlich kommunikationswege über satelliten und das ist sozusagen das neue nonplusultra sondern die technik ist ja auch schon lange in den märkten das heißt natürlich alle mobilfunk netze laufen ja sozusagen über satellitenkommunikation dieser ganze markt ist eigentlich schon größtenteils verteilt das heißt es geht jetzt wirklich nur noch darum ob eben der zusätzliche nutzwege über eben zum beispiel internet of things oder eben autonomes fahren halt kommen das dann nochmal zusätzlich im endeffekt befruchtet das so ein bisschen das problem hier war auch zuletzt deswegen ist der sind die kurse auch immer so relativ stark in den letzten wochen zurückgekommen weil hier einfach hoffnung war dass iridium mit qualcomm einen eine kooperation eingeht die es nämlich ermöglichen soll dass man über die android also qualcomm wollte einen satellitenkompatiblen kommunikationschip herstellen der es dann ermöglicht dass alle android handys die möglichkeit haben oder smartphones die möglichkeit haben direkt diese satellitenkommunikation zu nutzen das heißt man hätte dann sozusagen außerhalb seines carriers über entsprechende andere netze kommunizieren können man kennt ja wirklich diese satellitentelefon mit diesen dicken antennen da hatte man natürlich die möglichkeit gab dann über diese technologie neues nutzer oder user im endeffekt anwerben zu können die dann die möglichkeit haben über den carrier weg sozusagen außerhalb zum beispiel in dieses iridium netz rein zu gehen also das war so ein bisschen die fantasie dahinter die ist jetzt erstmal ad acta gelegt worden das ganze ist zumindest mal auf hold frage ist ob das halt wieder kommt muss ich zeigen wäre auf jeden fall game changers kann man schon mal so ein bisschen sagen weil natürlich die nutzerbreite dadurch weiter wird aber ihr seht es halt auch natürlich momentan sind wir wieder so ein bisschen auf dem niveau wo man eben ganz normal diese bewertung einfach darstellt die man eben in den letzten jahren halt durch den eher eingeschränkten wachstum dargelegt hat die zweite frage bezieht sich auf BYD natürlich BYD ein chinesischer autohersteller jeder kennt build your dreams eigentlich der sich so ein bisschen mit den finanzmärkten auseinandersetzt ein relativ aggressives vorgehen was man da gesehen hat dass gerade auch in den letzten jahren mit großen schritten die expansion nach europa vollzogen wird das heißt man hat hier wirklich sich in schweden in deutschland niedergelassen man ist also wirklich in die höhle des löwen gekommen zu den großen etablierten deutschen autobauern und hat den hier wirklich dann im endeffekt ganz klar ganz keckdreist die läden vor die tür gebaut und das zeigt einfach auch wie wie ja wie aggressiv der konzern vorgeht wenn alles nach plan läuft dann kann der autobauer bereits in diesem aktuellen jahr sieben prozent seiner verkäufe außerhalb von chinas erzielen und das natürlich schon eine adresse das heißt also hier ist möglich die rolle rückwärts gemacht worden wir haben einen chinesischen autokonzern der sozusagen außerhalb von china derweil dann schon fast sieben prozent seines gesamtumsatzes oder absatz eben entsprechend erzielt ganz spannend auch die brutto gewinnmarge liegt bei 22,3 prozent die ebit marge im vergleich von volkswagen lag bei 6,4 prozent und das ist halt schon mal da sieht man also auch im endeffekt wie spannend sich im endeffekt diese ganze geschichte darstellt wie also byd auch auf der margenseite einfach sehr sehr gut dasteht und dahingehend natürlich auch ein vorteil gegenüber den etablierten anderen westlichen industrienationen beziehungsweise deren autobauern hat und ja ich denke die story ist da weiterhin intakt also wer auch bei byd sich hier mal wieder rate rausschütteln lassen sieht einfach dass das im endeffekt ein fehler war klar sollte man insgesamt sehen dass man natürlich da ein stop loss mit ansetzt oder die position insgesamt so gestaltet dass man dann im endeffekt auch mal größere verluste die sich natürlich auch mal wieder einstellen können wie man hier sieht aushalten kann insgesamt ist aus meiner sicht heraus die wachstum story weiterhin intakt da kann man sagen was man will das heißt in china ist man eben wirklich sehr sehr gut platziert man hat eben durch positionierung in europa bereits eben auch schon sich sehr gut positioniert man ist in amerika etabliert also die wichtigen wichtigsten märkte sind erschlossen man kann dem preiskampf durch eine relativ hohe brutto gewinnmarge auch entgegentreten etwas bieten ich gehe nachher noch mal auf andere aktien aus dem autosektor wie zum beispiel mercedes benzen da immer truck ein da erkennt man das eben noch mal ganz gut dass da nämlich auch die probleme von vielen autobauern einfach verherschen weil die halt geringere margen haben und wirklich dann wenn da im rabatte gegeben werden eigentlich schon wirklich das ganz hart ans gewinnwachstum geht währenddessen man hier ja sieht da ist bei byd tatsächlich noch platz platz jetzt dann nochmal die coca cola interessanter konzern die hatte ich ja vor einiger zeit hier auch schon mal entsprechend besprochen die sind ja so ein bisschen unter die räder gekommen weil man eben angenommen hatte dass zum durch diese ganzen abnehmen präparate wqv und ozempik und wie die alle heißen sich die konsumverhalten ändern werden das heißt walmart kam ja raus und hat gesagt ja wir haben festgestellt alle konsumenten die entsprechend diese präparate nehmen die haben einen anderen warenkorb die kaufen halt nicht mehr so viel knabberzeug keine süße plärre mehr keine limonade und sind wesentlich bewusster in der ernährung ja man kennt es aber selber klar kann man sich vornehmen keine schokolade keine chips oder eben kein alkohol zu trinken das hält vielleicht vier oder sechs wochen wenn man relativ gut ist manche halten es natürlich auch länger durch aber das gros wird einfach dann wieder in die alten gewohnheiten zurückverfallen und so ist es dann auch tatsächlich gewesen das heißt man sieht auch und das ist ganz spannend dass die konsumenten coca cola nicht komplett den rücken gekehrt haben sondern wieder zurückgekommen sind das haben die letzten quartalzahlen auch gezeigt und für mich bleibt coca cola dahingehend eine wirklich interessante brand aktie die einfach über jahrzehnte diesen diese diese marke so gut ähm äh etabliert hat das einfach hier jetzt nicht davon anzunehmen ist dass wirklich von einem tag auf dem anderen sich das konsumverhalten dermaßen stark ändert dass eben die coca cola oder die koffeinhaltige limonade entsprechend nicht mehr konsumiert wird und ähm das ist aus meiner sicht heraus im endeffekt auch weiterhin ein indiz dafür dass wir hier bei coca cola nur eine zwischenzeitliche korrektur sind und der weg eigentlich weiter in richtung kurs norden sein sollte man sieht auch hier es geht halt gemächlich voran ja wir haben halt immer wieder phasen gehabt wo natürlich dann ein hinausschießen der aktienkurse zu sehen war dann gab es eine korrektur eine längere seitwärtsphase und danach den anstieg wir hatten ja auch mal ein zichten desaster es gab ja mal so eine sachen wie sherry coke und ich weiß nicht was alles für zeugs was halt nicht angenommen wurde von den marktteilnehmern sie wollen halt wirklich im endeffekt die ganz normale koffeinhaltige limonade haben und das sieht man eben dieser erfolg ist tatsächlich da und ich denke und ich denke dass das auch erstmal so bleiben wird weil man eben dann sagen wird okay dann trinkt man eventuell weniger davon oder lässt andere sachen weg ist weniger schokolade das ist eben tatsächlich dahingehend zu sehen also coca cola wenn man amerika in den konsumbereich weiter investieren will gehört zum aus meiner sicht heraus eine coca cola auf jeden fall mal mit dazu dann eine andere frage war unternehmen mit hoher bitcoin korrelation also das heißt welche unternehmen sind da interessant wenn man sich mit dem thema bitcoin auseinandersetzen will dann muss man natürlich als erstes auf micro strategy ganz einfach gucken das ist eigentlich ein software konzern der dadurch bekannt wurde dass der ceo oder ehemalige ceo von dem unternehmen ja ganz dick in bitcoin investiert hatte und soweit ich weiß hält der hält das unternehmen derzeit ungefähr 4,5 jahren us dollar in bitcoin das sind ungefähr 0,7 bis 0,75 prozent des kompletten preflows von bitcoin also da hat jemand wirklich eine kampfansage insgesamt an dieses thema gemacht das ist zum erst nach hinten losgegangen weil tatsächlich die käufe da getätigt wurden als bitcoin eben wirklich relativ durch die decke gegangen sind man sieht das hier also mit den kurs steigungen bitcoin sind auch die aktien von micro strategy in die stratosphäre abgeschossen also hier bis auf fast 1000 us dollar und dann kann man sagen sieht man diese hohe korrelation zum bitcoin verlauf das heißt micro strategy ist also jetzt ein software konzern mit 2600 angestellten weltweit einen umsatz von knapp 450 millionen us dollar was momentan ein bitcoin bestand von 4,5 milliarden us dollar also roundabout hält und eigentlich damit sozusagen so ein unternehmen wäre ansonsten gibt es natürlich die möglichkeit in handelsplätze wie bitcoin.de oder coinbase zu investieren wobei ich coinbase davor ziehen würde weil es einfach größer ist und international etablierter wir können es ja mal ansehen dass wir auch noch eine möglichkeit indirekt eben von dem ganzen bitcoin crypto hype im endeffekt profitieren zu können bei bitcoin.de ist es tatsächlich so die haben ebenfalls größere bestände in einzelnen cryptocurrencies die behalten nämlich immer wieder diese transaktionsgebühren bei den entsprechenden geschäften auf ihren plattformen ein und lassen sich die entsprechend in den token beziehungsweise in den coins bezahlen und haben die dann teilweise im bestand also hier ist halt noch mal coinbase ihr seht es hier jetzt noch mal bitcoin.de der vollständigkeit halber als deutsches unternehmen ähm was da zu nennen wäre ansonsten sind natürlich solche unternehmen wie zum beispiel eine zum beispiel wie eine paypal oder eben eine blog die auch indirekt mit der blockchain technologie zu tun haben die auch transaktions ermöglichen 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 oder eben zum beispiel auch eine blackrock die jetzt ja jüngst bekannt gegeben hat dass man eben ein etf auflegen will das sind alles möglichkeiten wo man auch indirekt so über zweite drinnen effekte eventuell davon profitieren kann eine andere möglichkeit last but not least ist dass man zum beispiel auch betreiber von minen minen ja doch von also mining gesellschaften im endeffekt setzt das heißt die 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 crypto währungen schürfen davon gibt es auch einige zum beispiel argo ist aber ein bisschen natürlich insgesamt dann schon sehr hoch spekulativ das hat ja dann damit zu tun dass man eben natürlich davon ausgeht dass dieses ganze geschäft in dieser form weiter bestehen bestand hat und das eben dieses ganze schürfen von den crypto currencies eben auch weiterhin möglich bleiben wird ja das sind natürlich als viele viele politische dingen themen eine rolle dann spielen natürlich auch technologische themen eine rolle ob dann im endeffekt das ganze auf proof of work weiter bleibt oder proof of stake entsprechend dann mehr in den vordergrund rückt also da gibt es viele viele dinge die natürlich eine rolle spielen also ich würde dann wenn ich eben auf unternehmen setzen wollen würde die wirklich bestand haben eben in diesen kryptowährungen dann bleibt eben eigentlich nur eine microstrategy und wenn man eben in diese anderen unternehmen investieren will die davon profitieren dass der hype in crypto currencies eben weiter vorangeht dann würde ich auf die handelsplätze setzen wie zb eine coinbase oder eine bitcoin de so dann gucken wir weiter stratasys ich gucke gleich mal in den chat rein was ihr da so schicke fragen mit reingegeben habt stratasys ist auch ganz spannend 3d druck unternehmen ich finde momentan 3d druck aktien insgesamt ganz spannend ob es jetzt ein 3d system ist stratasys oder das metal wie die nicht alle sind heißen wobei ich aber hier eigentlich wirklich nur auf die großen player setzen würde also sprich auf eine stratasys eine 3d hier ist nämlich ganz spannend dass die übernahme von desktop metal durch stratasys geplatzt ist das heißt man hat hier keine keine mehrheit für finden können und warum hatte man hatte stratasys ich mach mal den chart ein bisschen größer damit man die aktien besser sieht nehmen auch gleich mal die new york stock exchange dahingehend mit rein warum hatte stratasys vorgehabt die desktop metal unternehmung zu übernehmen weil man das sozusagen als poison pill gegen eine übernahme von 3d systems installieren wollte das heißt 3d systems hat ein übernahme angebot an die aktionärin von stratasys gemacht daraufhin hat stratasys gesagt okay dann übernehmen wir desktop metal jetzt ist dieser die geplatzt und man hat jetzt ist sozusagen mit übernahmegespräche also ist wieder zurückgekehrt zu den übernahmegesprächen mit 3d systems läuft wohl gerade die due diligence das was ich gesehen hatte und jetzt ist natürlich die frage gehen die beiden unternehmen zusammen oder nicht das steht sozusagen gerade im raum deswegen merkt man also auch hier dass so ein bisschen luft draußen ist keiner weiß richtig was der jetzt ist und man muss halt sehen diese warte haltung würde ich tatsächlich auch allen nehmen wenn ich mir die aktien von stratasys entsprechend anschauen würde ansonsten ist natürlich auch die möglichkeit einfach auf den jäger zu setzen sprich auf die 3d system die ja sozusagen die offerte an stratasys gegeben haben das bedeutet dass man hier ja dann zumindest mal zum einen wenn dann beide unternehmen hätte wenn die übernahme klappt und wenn nicht hatte man sozusagen ein unternehmen was wirklich proaktiv in diesem ganzen konsolidierungsprozess eine führende rolle nimmt sprich die 3d system also das wäre zum beispiel interessante möglichkeit ansonsten kann man halt auch warten bis entsprechend natürlich die nachricht durchsickert ob eine übernahme erfolgt oder nicht ein unternehmen nämlich trotzdem noch mit rein auch von meiner liste dann gucke ich hier gleich noch mal den chat rein genau das hatten wir alles die einschätzung gucke ich gleich mal so unity software ein unternehmen aus dem bereich gaming mobile gaming die stellen sogenannte spiel engines her und wer davon noch nie was gehört hat spiel engines sind wenn ihr zum beispiel weiß ich nicht was candy crush oder irgendwelche anderen spiele spielt dann ist das oftmals so dass die sich alle sehr stark vom verlauf her ähneln das heißt nicht jedes spiel wird sozusagen komplett neu programmiert sondern man hat eine zugrunde liegende engine die sozusagen den ganzen frame vorgibt und darauf werden dann sozusagen einfach nur die grafik module rauf gelegt so dass eben im endeffekt dieses spielerlebnis daraus folgt das sieht man auch bei ego shootern oder bei anderen also bei diesen ganzen spielen die alle sehr ähnlich sind dass da eben im endeffekt auf eine bestehende technologie zurückgegriffen wird hier hier nicht die software hat eben so eine engine aus dem bereich mobile gaming creation engine und da war die große spekulation als hier der aktienkurs so stark angestiegen ist dass man eben mit apple in kooperation steht und vielleicht für die vision pro oder beziehungsweise für diese 3d brille entsprechend dann eben ins geschäft kommen könnte um entsprechend dort entsprechende engines beziehungsweise spiele und adaptionen apps entsprechend kreieren zu können und das hatte so ein bisschen den drive reingegeben interessant ist die ganze situation schon man muss halt nur sehen unity software ist halt ein relativ kleines spiele unternehmen also nicht wie wirklich die anderen großen player die eben wirklich ganz ganz dick im sattel sitzen und schon bereits ganz ganz viele blockbuster eben im markt haben sondern man hat eben hier ein unternehmen was sozusagen so ein bisschen ich nenne es jetzt mal start up charakter hat und das zeigt sich ja auch im aktienkursverlauf also schon ein bisschen spekulativer auch relativ hoch bewertet noch weil eben kein gewinn erzielt wird kein großer und die große fantasie eigentlich jetzt nur noch mit apple da drin ist und das ist für mich auch die story die da ist das heißt wenn man eben darauf setzen will dass unity software eben mit der kooperation durch apple durch startet ist die sicherlich interessant ansonsten wenn ich im gaming bereich unterwegs sein würde würde ich oder will würde ich tatsächlich auf größere unternehmen setzen und nicht unbedingt auf solche kleinen unternehmen weil hier wirklich das ähnlich wie im pio technologie sektor wenn eben so eine kooperation nicht zustande kommt dann ist es zwar schön dass die da eine engine hatten aber dann kann eben auch so etwas ganz schnell gegen die wand fahren und dann ist das ganze schon auch vorbei so finde chinesische aktien moment sehr interessant gehst du damit ja ich finde chinesische aktien auch interessant aber immer wieder der hinweis man hat ein ganz klares damoklisch schwer drüber schwemmend das heißt politisches risiko sowohl eben in politisch wir haben in der letzten in den letzten monaten des öfteren gehört dass der ein oder andere ceo spurlos verschwunden ist das heißt der hatte sich dann mit dem politbüro in china angelegt und schwuppdiwupp ist er dann seines amtes nicht enthoben aber zumindest mal von der bildschwäche verschwunden und wir haben das problem dass eben im außenwirtschaftsbereich natürlich mit den usa immer wieder ein hassle entsteht das heißt die usa wie jetzt zuletzt zum beispiel sanktionen gegen chip technologien eben aufsehen aufsetzen auflegen damit die dann eben nicht in richtung china exportiert werden können aus den usa und das sind immer so ein bisschen die querelen die natürlich da insgesamt einfach zu sehen sind aber man kann ganz klar sagen es wird kaum ein weg daran vorbeiführen dass china zur größten volkswirtschaft der welt eben lanciert wird oder sich selber dort hin entwickelt man nimmt anders bereit schon 2028 2030 der zeitpunkt sein wird dass in china dann insgesamt vom wirtschaftswachstum von der insgesamten positionierung die usa überholt haben kann oder könnte und das dann tatsächlich natürlich so ein bisschen auch der zeitpunkt ist wo man einfach auch von der investitionsseite her eigentlich nicht mehr an dem land vorbeikommt und man kann jetzt natürlich wer den taschenrechner genommen hat sieben jahre bis dahin also von daher natürlich noch mal eine interessante möglichkeit in die ein oder andere unternehmung rein zu gehen wie gesagt ich würde auch immer dann den fokus darauf setzen auf unternehmen die nicht so stark in diesen ganzen politischen wirrungen damit drin stecken eher auf unternehmen wie zum beispiel eine byd oder eben auf technologie konzerne die eben sehr stark zum beispiel wie eine beidu oder sowas in china eben entsprechend positioniert sind wo man einfach auch sagen kann okay die oder eine xiaomi die insgesamt eben ja sich da so ein bisschen diesem ganzen bisher entzogen haben und nicht zum beispiel von delisting problematiken der aktien betroffen sind oder eben natürlich von entsprechenden sanktionen aber dann auch nur als depot beimischung nicht zu stark gewichten wie gesagt dieses risiko ist kaum einschätzbar was da ist und man hat ja doch die ein oder andere bittere pille teilweise schlucken müssen eben durch die sanktionen oder beziehungsweise auch die gegebenheiten die sich zum beispiel zuletzt ja jüngst mit den russischen gda adr aktien gezeigt haben und das ist natürlich dann sehr unschön genau nicht ganz ohne risiko vollkommen klar so okay erst natürlich die frage bayern die dividendenrendite halten von cashflow her schon vom operativen geschäft ebenfalls das problem was aber bei bayern natürlich vorherrscht ist die unwegbarkeit durch die rechtsrisiken in den usa durch die glyphosat fälle das bleibt tatsächlich so und deswegen kann man natürlich auch nicht sagen kommt es jetzt noch mal zu irgendwelchen ungünstigen richtersprüchen dann kann es natürlich auch einfach notwendig werden dass dann der vorstand dann eben beschließt oder beziehungsweise vorschlägt die dividende entsprechend anzupassen das kann passieren also davor ist man nicht gefeilt wenn jetzt nochmals wir hatten zuletzt ja ein richterspruch gesehen oder beziehungsweise wir hatten letztens ein urteil besser gesagt war ja kein richterschluss ein urteil gesehen wo eben drei klägern 1,5 milliarden us dollar zugesprochen wo das wird so nicht durchgehen da bin ich mir relativ sicher das heißt man wird dann hier noch mal in die revision beziehungsweise berufung gehen zweit dritt instanz ich würde das ganze dann nach unten genommen aber trotzdem sollten da eben zum beispiel ich meine 1,5 millionen oder 15 millionen doch noch hängen bleiben für die kläger dann könnt ihr das hochrechnen in den usa sind noch etliche tausend von klagen anhängig und das kann natürlich dann ordentlich ins kontor schlagen bayer hat meistens irgendwas um 8 milliarden euro bereits an rückstellung gebildet aber die frage ist natürlich dann ob das alles insgesamt ausreicht und ja das ist halt wirklich so rechtsrisiken klagerisiken sind in den usa wirklich heftig mal hat es zuletzt auch bei den opiaten gesehen da war es ähnlich da haben auch viele konzerne einfach mal zumindest mal kurzfristiger natur die dividendenzahlung aufsetzen müssen weil man eben gesagt hat um himmels willen wir müssen halt hier etliche milliarden zahlen da halten wir sozusagen erstmal cash im tash und kürzen die dividende und nehmen die dann später auf das kann passieren also ich würde da nicht mal anführungsfeuer legen dass das nicht passiert und ich finde momentan bayer wirklich ein tragisches beispiel dafür eben wie so ein konzern zwischen wohl und wehe eigentlich nur schwebt und kaum noch seiner selbst ist also das ist so ein bisschen schade weil insgesamt die idee war nicht schlecht man wollte ja sozusagen rund ums sortlos paket schaffen das heißt von saatgut bis pflanzenschutz sozusagen diese ganze verwertungskette aufbauen das ist jetzt ordentlich nach hinten losgegangen und von daher dann sehr sehr unschön ja timestamps kommen genau ok gut dann geht es mal weiter dann nehmen wir die nächste aktie extreme network ein ein unternehmen was bereits schon zur dotcom zeit im endeffekt an den börsen notiert war die hatte ich tatsächlich mal als market maker hier in deutschland betreut und ist eigentlich ein spannendes unternehmen war immer so ein bisschen der kleine bruder die kleine schwester von cisco systems sind also auch im netzwerk infrastruktur geräte business tätig und ja eigentlich ein ganz spannendes unternehmen bisschen in anführungsstrichen langweilig klar weil man hat hier infrastruktur im technologie bereich aber man sieht natürlich auch dass das ein bereich ist der einfach wächst und das sieht man eben auch wenn man sich die aktien an sieht jetzt muss ich mal gucken ich glaube wenn man 2000 guckt kriegt man einen kleinen schreck genau hier natürlich diese massive übertreibung eben durch die dotcom blase war aber wenn man hier so ein bisschen rein zoomt in die letzten fünf jahre sieht man das dann sozusagen hier natürlich auch mit diesen ganzen infrastrukturprogrammen mit der digitalisierung mit der weiteren ins ausbau von eben entsprechenden infrastrukturen netzen kommunikations netz natürlich auch das unternehmen davon profitiert hat das unternehmen wächst zwar langsamer als man angenommen hat was aber hier auch ganz interessant ist dass die margen steigen das heißt man hat also hier auf der kostenseite einfach die hausaufgaben gemacht und hat entsprechend damit eine margenausweitung erreicht im ersten quartal wurde ein umsatz von 353,1 millionen us dollar wirtschaftet das war ein wachstum von 19 prozent im vergleich zum vorjahr und im vorjahr waren sogar ein wachstum von 31 prozent um 363 9 millionen us dollar erzielt von also ihr seht hier eine kleine verlangsamung wobei die zahlen insgesamt immer noch klasse sind also 90 prozent wachstum auf quartalssicht ist natürlich enorm man hat zum beispiel eben solche kunden wie norwegian cruise line beziehungsweise eon als kunde und für mich ein interessantes unternehmen also von daher wenn man eben im bereich der netzwerkausrüstung unterwegs sein wird und schon ein syscom depot hat dann gehört aus dem jeden fall finde ich eine extreme networks mit dazu ist halt einfach ein spannendes unternehmen klar ich denke da wird man natürlich ein bisschen zeit brauchen aber zumindest mal als als ja wie gesagt technologieunternehmen aus den usa nicht uninteressant so rio tinto die hatte ich glaube ich in der letzten woche am montag tatsächlich schon herrangenommen als letztes und dann eben da einfach nochmal zurückgucken ja rio tinto ist interessant denke ich schon man muss aber sehen klar zyklisch eben durch eisenerz durch im kupfer aktivitäten das heißt hier natürlich ein klassisches spiel wenn man eben in rohstoffunternehmen investiert muss man sich natürlich dem risiko insgesamt bewusst sein ihr seht es hier wenn man sich den aktienkurs ansieht das ich rater mal schnell durch genau dass man einfach dieser zyklik nicht entkommt und damit sozusagen immer wieder auch natürlich zu tun hat das wird auch jetzt im endeffekt in kommenden jahren so bleiben und man sieht es auch wenn man sich das langfristig ansieht dass man immer wieder diese starken zyklen hier zyklen drin hat und dem den kann man sozusagen sich nicht erwehren rio tinto hat aber in letzter zeit viel gemacht für hausaufgaben hat viel abgespalten sich wirklich auf das kerngeschäft im endeffekt konzentriert das ist schon ganz gut wurde auch viel von entsprechenden investoren honoriert das heißt wir haben dann auf den daumen gehoben und wirklich gesagt ja ist ein jetzt wesentlich klarer konzern rio tinte weil immer früher wie so ein gemischbaren laden die haben ja wirklich alles mögliche gemacht also die ganzen großen konzerne waren immer so ein bisschen im credo treu geblieben big is beautiful und haben wirklich alles gekauft ob es gold ob das der molybden nickel zink die hatten wie so ein riesig großes produktangebot an allen möglichen rohstoffen und teilweise sogar noch öl mit drin gehabt das hat mal alles abgespalten hat das alles abgegeben ausgegliederten andere konzernbereiche die an den börsen gebracht die unternehmen die töchtern entsprechend dann abgekoppelt und sich wirklich nur auf diese kernbereiche fokussiert das hat funktioniert rio tinto dahingehend interessant wenn man eben zykliker im depot haben will finde ich eine rio tinto rohstoff wert durchaus interessant also das dahingehend mal ob man jetzt direkt kaufen soll das muss jeder selber entscheiden aber perspektivisch sind solche unternehmen habt ihr auch gerade im kursvorlauf gesehen einfach interessant weil die wirklich zu den großen big player gehören und da eigentlich wenig 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 verkehrt gemacht werden kann das nächste unternehmen sind die defarma die deutsche fachmarkt ag die hatte die auch nachgefragt das ist eher so ein kleiner immobilienkonzern aus deutschland moment defarma oder ja glaube ich der deutsche fachmarkt das ist ein konzern der sich darauf spezialisiert hat so kleine fachmarkt zentren zu übernehmen beziehungsweise zu konzipieren die stehen dann so meistens auf der grünen wiese haben so diese klassischen vertreter und welche billig lehnen drin oder baumärkte und davon kann der konzern im endeffekt dann profitieren ja es ist spannend aber was mich da so ein bisschen stört ist halt der punkt das ist wirklich ein spezialitätenpapier das heißt die umsätze relativ geringe seht es hier also wirklich ein kleinerer konzern dann halt so ein bisschen das problem wir haben halt hier immobilienkonzern das problem dabei ist natürlich die frage wie wird sich die zinslandschaft weiter gestalten defarma ist dahingehend so ein bisschen mehr abgesichert dann noch eben wohl als andere konzerne was ich jetzt gesehen hatte also zum beispiel große konzerne wesentlich größeren bestandsdepots weil man einfach oder beständen insgesamt weil man einfach hier ein überschaubares hat aber das problem ist natürlich was ich wirklich als maßgebliches risiko sehe ist das konsumverhalten von dem konsumenten insgesamt das heißt nicht nur jetzt das konsumverhalten was durch die inflation direkt beeinflusst wird das heißt also dass dann eben ja menschen einfach weniger kaufen also das hat man lässt dann wirklich mal den ein oder anderen fachmarkt auf der grünen wiese links liegen weil man eben entsprechend kein geld zum konsum ausgeben will das ist ein das zweite ist natürlich auch dass man auch schon sieht wenn ihr mit offenen augen durch zum beispiel die landschaft eben in deutschland oder in die in städte durch die in städte geht dann kann man eben sieht man auch hier sehr sehr schnell dass im endeffekt sich sehr sehr viel auch verändert hat das heißt wir haben eben die in städte die infrastruktur ändert sich die menschen die läden sind viele läden sind draußen wir haben dahingehend wirklich so eine veränderungen die so tiefgreifend sind dass das ganze natürlich auch entsprechend eben auf die ganze infrastruktur natürlich außerhalb der großen ballungsgebiete sich dann entsprechend verlagern kann und die frage einfach ist ob das dann eben nicht natürlich auch negativ entsprechend auf zum beispiel so einen spezialisierten konzern rückwirken kann beziehungsweise abschalten also von daher ich bin bei konsumaktien und so ganz stark spezialisierten titeln die eben in dem bereich konsumen bereich eben ja einkaufszentren unterwegs sind wäre ich vorsichtig es gilt halt nicht nur für die reeds in den usa die wir hier auch schon das öfter haben sondern natürlich auch auf solche unternehmen deswegen mein fall ist es nicht und bei immobilienaktien wäre ich wirklich momentan sowieso noch vorsichtig weil einfach insgesamt die branche wirklich momentan ganz ganz massiven druck erträgt oder erleiden muss und da wirklich fraglich ist wie sich das ganze noch darstellen kann ja gut siehst du so ist halt immer wieder verschieden jeder sieht so wie er sehen will ich bin da eher vorsichtig auch wie gesagt weil einfach noch viele viele risiken möglich sind die eben durch den immobilienmarkt in deutschland momentan einfach auch nicht direkt erkennbar sind sondern sich halt indirekt abstrahlen können siehst und dann sind die at&t aus den usa da gab es mal wieder so ein bisschen licht auf der schattenseite das problem bei at&t war ja zuletzt dass man eben hier ja eine situation hoher konkurrenzdruck in den usa hohe kosten durch den ausbau der infrastruktur eben in den usa der kabelnetze denn die steigenden zinsen die natürlich dafür gesorgt haben dass eben diese ganzen schulden die man aufgebaut hat dann natürlich entsprechend teurer geworden sind und das hat dann auf den aktienkurs gerückt aber man hat auch hier gesehen dass einfach die marktteilnehmer dann so ein bisschen auch übertrieben haben das heißt viel viel zu bearish waren und im endeffekt dann hier auch die letzten zahlen die at&t vorgelegt hat eigentlich gar nicht mal so schlecht waren also die jahresprognose ist angehoben worden man hat freie mittelzuflüsse die bei 16,5 milliarden dollar liegen und man hat 468 tausend neukunden zugewonnen das ist halt wirklich schon ganz beachtlich wenn man halt auch sehen muss wie gesagt der konkurrenzdruck in diesem bereich ist sehr sehr hoch und hey at&t hat es eben aber trotzdem geschafft netto im endeffekt neukunden zu dazu zu bekommen also ich denke langfristig bleiben die aktien weiterhin interessant ja wir haben halt wie gesagt diesen rückgang jetzt in den letzten jahren gesehen das war ist die gesamte situation eben die ich ja eingangs beschrieben hat ich glaube trotzdem dass wir auch wieder wie man ja oftmals das auch gesehen hatte nach solchen phasen eben auch wieder diesen dem die trendumkehr sehen kann weil telekommunikation bleibt einfach ein wesentliches ein essentielles gut und eine branche in unserer aktuellen in der modernen welt in der wirtschaft und so alt auch in den usa und at&t gehört im tier ganz klein mit zu den lidern in den usa neben verizon oder entsprechend natürlich t-mobile usa und das sollte man halt so sehen also für mich ist das halt wenn man im bereich der amerikanischen telekommunikation investieren will durchaus bleibt das ein basen investment ja jetzt würde man natürlich sagen okay im höchsten kurs sieht aber nicht so aus ja man guckt natürlich auch hier wirklich eher darauf auf die dividenden rendite gezahlt wird und die ist natürlich in diesem fall auch ordentlich 5,39 prozent vor steuern zahlt eben at&t an die aktionäre und so muss man oder sollte man das ganze sehen das heißt man hat hier wirklich ein telekommunikations konzern klassisches infrastrukturunternehmen wo man einfach von dem cashflow aus den dividendenzahlungen entsprechend lebt und solange eben der freie cashflow hoch ist und solange neukunden eben im endeffekt auch dazu gewonnen werden ist hier zumindest mal die wahrscheinlichkeit einer dividendenkürzung relativ gering so kommen wieder nämlich auch noch mal mit rein auch eine interessante frage da wäre ich ein bisschen feuchtig wir haben bei in wieder wirklich einen klassischen hype momentan gesehen das unternehmen ist klasse also ich bleibe wirklich insgesamt dem unternehmen dem management solange das management so ist wie es ist auch treu und denke dass das wirklich ein toller konzern ist da kann man gar nichts anderes sagen aber guckt euch halt insgesamt den aktienkurs verlauf an von dem unternehmen und man klar haben die einen ordentlichen hype durch eben kai technologie durch chip technologie im bereich der gerade natürlich auch cloud lösung und data storage und so weiter im endeffekt erreicht aber die bäume wachsen nicht in den himmel das erinnert mich so so oft an situationen in anderen oder aus anderen branchen und sektoren wo es auch hieß die haben die eierlegende wollen mit sauer erfunden und so weiter das ist was anderes als eine apple also eine apple mit den iphones hat es wirklich geschafft da hat man ein brand gehabt da hat man im endeffekt diesen nimbus eines absolut modernen geräts geschaffen man sieht ja auch hier dann kam eben eine samsung dann kam eben eine huawei dann kam eben eine htc und eine xiaomi und wie die alle heißen und haben natürlich dann auch versucht an diesen marktanteilen zu knabbern apple hat es aber geschafft durch marketing eben und natürlich insgesamt den ganzen hauch den man um diese produkte geschaffen hat im endeffekt branchen leader zu bleiben das problem bei den halbleiter chips ist aber tatsächlich dass man hier hart auf die also hart auf die technologie geht das heißt ein kunde guckt sich nicht kauft den chip nicht weil es nvidia name drauf ist sondern kauft den chip weil die technologie von nvidia insgesamt eben so gut ist und weil die im performant ist und weil die dann natürlich interessant ist für den kunden wenn jetzt eine amd um die ecke kommt oder wenn jetzt ein anderer chip designer der rambos oder wie die alle heißen dann kommt und sagt hey wir haben hier einen besseren chip oder wir haben einen gleich guten chip der kostet aber nur die hälfte dann hat auch nvidia ein problem weil nvidia dann eben nicht diese markentreue hat wie bei einer apple dass die kunden sagen okay wir bleiben dabei sondern der kunde guckt sagt okay hey das ist auch ein klasse unternehmen amd die haben den gleichen chip der kostet eben zehn prozent weniger kaufen wir amd und so ist das ganze problem halt ein wie man eben sozusagen solche unternehmen angehen kann ja jetzt habe ich gehört dass natürlich der vorsprung den nvidia in dieser technologie hat teilweise noch drei jahre drei vier jahre voraus sein soll aber da erinnere ich mich auch wiederum an tester wo man gesagt hat der chip den die benutzen der hat einen sechs jahres vorsprung dann sind die chinesen das war vor zwei jahren aber bereits so weit gewesen dass jetzt eine byd und eine nio und wie die alle heißen nicht ja ob hängen wesentlich schneller vorangekommen sind und in teilen sogar besser sind als tester das heißt da ist nichts mit sechs jahren vorsprung gewesen sondern die haben in zwei jahren bereits den vorsprung aufgeholt sind jetzt in der technologie sogar besser und das ist natürlich insgesamt genau die problematik das heißt das hat man in halbleiterbereich wirklich massiv das heißt hier würde ich wirklich etwas feuchtig sein ich würde die aktien jetzt nicht verkaufen und mit willen man weiß nicht ob hier noch mal der nächste boost reinkommt die wachstumszahlen sind brutal da ist nicht ganz klar erkennbar wann der abreißen kann aber es ist natürlich auch schon sehr sehr viel passierten sehr viel eingepreist worden dieses ist ein kleines klassisches symbolbild für das was wir momentan im k bereich sehen man muss halt auch sagen kai ist noch kein sektor wo wirklich direkt mit geld verdient wird kai ist er ein sektor der effizienzen schafft das heißt man wird eben was ich texte schneller schreiben können bestimmte dinge schneller machen können und so weiter man wird auch nicht wirklich kreativität damit fördern können sondern man wird halt einfach nur ja wie soll man sagen ja schnellere dinge erreichen können das ist eben effizienz gedanken aber wirklich daraus geld zu verdienen das wird erstmal schwer jetzt versuchen es natürlich microsoft und co und adobe dass man sagt hey wir haben hier die technologie ihr könnt ihr entsprechend buchen in dem abo und wir verkaufen dann eben unsere produkte damit das ist natürlich kann man sagen okay damit verdienen die ja ihr geld ja aber nicht mit dem eigentlichen ansatz darum geht es es gibt also momentan noch keinen wirklichen ansatz wo man sagen kann diese technologie ist rein bei ki basiert und wird als produkt so eben mit ki underlying verkauft und das ist momentan ein bisschen der punkt das heißt effizienz gedanke spielt natürlich dann eine rolle wenn die geschäfte sowieso schon gut laufen wenn man also merkt man ist so ein bisschen am ende des zyklus des konjunktur zyklus ist dann guckt man wie kann man auch effizienzen eben bringen wie kann man den kosten sparen um eben entsprechend die margen auszuweiten das ist kein thema wenn man eben im endeffekt in einem abschwung drin ist weil man hier dann sowieso sagt man muss die kosten unter kontrolle halten und zwar nicht durch effizienzen sondern die umsätze gehen oftmals zurück das heißt man baut dann wirklich kostenblöcke ab und das ist so ein bisschen das problem aber da könnte man eine ganze sendung darüber machen insgesamt nvidia insgesamt ein guter konzern er hat bewiesen dass man in der vergangenheit immer auf die richtigen trends gesetzt hat ob es gaming war ob es blockchain war ob es jetzt dann halt ki ist mega mega spannend aber wie gesagt sehr sehr viel eingepreist und hier wäre ich wirklich vorsichtig neuen stieg gut wer langfristig unterwegs ist kann vielleicht eine kleine einstiegsposition einfach damit man die mal beobachtet schon klar eingehen wenn man eben sagt man ist auf zehn jahre unterwegs aber auf kurzfristige sicht wäre ich hier wirklich für euch nicht weil ich mir einfach vorstellen kann da ist so eine hohe erwartungshaltung drin wenn die nicht mehr erfüllt wird eben durch den bekannten schweinezyklus und halbleiter bereichen da das gilt eben auch bei nvidia dann kann sie eben wirklich relativ schnell nach hinten losgehen so dann war eine frage welche unternehmen sind stark im algotrading bereich unterwegs ob das nicht eine interessante anlage wäre es gibt tatsächlich einige unternehmen wenn man eben im hochfrequenz handel oder im algotrading entsprechende investments tätigen will die sind börsennotiert zum beispiel eine virtue financial das ist ein klassisches unternehmen was eben in diesem sektor unterwegs ist die legen also in allen möglichen bereichen des finanzmärkts entsprechend ihre ihre algorithmen auf und handeln dort dann im endeffekt den ganzen tag die underlines hoch und runter das problem dabei ist aber sehr sehr kostenintensiv das heißt alles was im bereich des algorithmischen trading des hochfrequenz handels ist hat wirklich eine extrem braucht extrem viele know-how gute performante hardware man braucht entsprechend teure leitungswege und so weiter also es ist wirklich keine eierlegende wollmilchsau wo man sagen kann die verdienen sich dumm und dämlich sondern hier ist wirklich das problem dass es halt ein geschäftsfeld ist das sehr stark umkämpft ist was wirklich sehr kostenintensiv ist und dahingehend hört sich das zwar immer gut an zu sagen hey ich investiere in den bereich habe da entsprechende unternehmen aber das problem ist wenn zum beispiel auch keine umsätze mehr da sind hat man riesen kostenapparat als entsprechendes algo unternehmen hat aber weniger umsätze und kann das auch nicht maßgeblich bestimmen das heißt man hängt ja dann sozusagen wie so ein hund an der leine und muss immer den weg gehen den der markt geht und so ähnlich ist es halt dann natürlich auch mit investment banken natürlich das hat man ja zuletzt auch gesehen die staffen dann auch wenn es ihm gut läuft wenn die börsen dann die umsätze zurückgehen transaktionen weniger werden dann werden die ganzen leute wieder freigesetzt sowas ist oftmals in diesem bereich gar nicht möglich wenn man hier viel mit geheimnisträgern zu tun hat das heißt solche algorithmen dann kann man nicht einfach den engineer sagen hey pass auf wir stellen nicht ein guck dir mal den code an und dann schmeißt du sie den wieder raus und der macht das alleine sondern man behält die dann natürlich in dem unternehmen und das sind alles so dinge die sind einfach wirklich auf der kostenseite zu sehen es gibt übrigens auch noch thompson reuters die auch in dem bereich mit unterwegs das heißt die haben ja auch eigene entsprechende algorithmen die eben auch an dem markt für die kunden dann eben teilweise eingesetzt werden und da gibt es also auch die möglichkeit dass man direkt in die aktien von thompson reuters investieren kann wenn man das wollen würde das heißt in die nachrichtenagentur die hat eben auch damit zu tun oder eben was was ich noch gesehen hatte war moment thompson achso nicht thomas moment soll ich das erst weg genommen moment so genau da sind sie die ein oder andere oder der eine oder andere kennt das unternehmen den news provider im endeffekt aber eben natürlich auch im bereich des algohandels unterwegs weil man eben wie gesagt eine eigene plattform hat die entsprechend dann mit algorithmen bespückt wird und last but not least wäre noch die möglichkeit in die ig group zu investieren wenn man das wollen würde ig ist ja ebenfalls ein anbieter für trading applikationen die haben natürlich entsprechend auch ihre eigenen algorithmen die da laufen und zum beispiel zum market making genutzt werden oder eben natürlich auch arbitrage geschäfte oder was weiß ich auch immer also alle möglichen alle möglichen möglichkeiten darstellen moment ich soo hier mal rein und dahingehend auch eben im weitesten sinne damit zu tun haben moment ich glaube die ersten prc ig 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 also von daher wäre das halt auch nochmal eine möglichkeit wenn man eben in dem bereich unterwegs sein will dass man dann eben zum beispiel über ein investment hier von ig group ach da unten sind so genau holdings genau dann die ein oder andere investition tätig wobei man auch hier sieht ähnliches wie jetzt gerade bei dem virtue natürlich dass wenn das handelsvolumen rückläufig ist sich das entsprechend auch bei natürlich hier dem aktienkurs zeigt das heißt der gewinnen die gewinn situation davon beeinflusst wird und die aktien sich dann entsprechend negativ entwickeln das muss man halt wissen wenn man dann in diesem bereich unterwegs ist dass das eben keine einwandstraße sondern eben auch eine zyklik aufweist hier ist man ein bisschen verwöhnt worden seit 2007 28 war natürlich die notenbanken eben durch die lockere zent geldpolitik und zins und geldmarktpolitik hier so eine art künstliche konjunktur oder konjunkturstimulation eben gerade investment banking bereich im trading bereich geschaffen haben und das ganze dreht sich momentan um so gucken wir als nächstes mal auf die canadian national railway das war auch eine frage von euch denn kannadische eisenbahngesellschaft und ob die interessant ist da kann man sagen ja auch wieder ein schönes infrastrukturunternehmen wo man eben hier ganz spannend noch die situation dass tatsächlich in kanada eine art oligopol zu vorzuherrschen scheint das heißt es gibt tatsächlich nur zwei nennenswerte gesellschaften die sich dort den markt aufteilen das sind die canadian national railway und die canadian pacific kansas city die eben beide als große gesellschaften in diesen bereichen tätig sind was ganz spannend ist die canadian national railway ist eine gesellschaft die sehr stark auf der kostenseite gearbeitet hat das heißt die haben sich wirklich in den letzten jahren massivst auf die margen fokussiert die haben wirklich nur die strecken weiter ausgebaut die für die für sie effizient war haben streckenpläne entsprechend dann auch wirklich daran gefällt also nicht so wie die deutsche bahn sondern wirklich ganz klaren fokus darauf gelegt eben entsprechend wirklich diese effizienzen zu nutzen und man sieht es unternehmen was unter der unter dem radar von vielen einfach fliegt aber ein enorm starke kurs performance ausgebildet hat also wirklich mega mega spannend damit erfolgreich ist ein tolles management hat und schönes infrastruktur unternehmen ist also ich finde die spannend wenn man also im endeffekt hier wirklich eine sehr sehr defensive aktie im depot haben wir im bereich des eisenbahnwesens finde ich eine canadian railway national railway zumindest mal gar nicht so verkehrt gucken wir mal im gleichen bereich gleicher bereich kann man nicht sagen aber zumindest im bereich des luxusgüter wesens da gucken wir uns mal die lvmh an die habt ihr nämlich auch nachgefragt und hier werde ich ein bisschen vorsichtiger lvmh konnte lange zeit sich dem abnehmenden konsumverhalten wieder streben weil einfach die leute trotzdem die luxus artikel gekauft haben und denen das egal war wie die inflationsentwicklung war aber auch hier ist es jetzt soweit dass eben der konzern merkt die ins portemonnaie sitzt nicht mehr so locker man hat zwar insgesamt noch umsätze steigern können um 9 prozent aber hier hatten die analysten 11,9 prozent erwartet man sieht dass der aktienkurs daraufhin doch sehr stark zurückgekommen ist und das sind immer wichtige signale weil man einfach merkt dass hier die analysten einfach viel zu optimistisch waren und einfach dieses fortschreiben was man in den letzten jahren gesehen hat viel zu aggressiv vorgenommen haben deswegen sollte man immer so ein bisschen vorsicht walten lassen weil der konzern nicht wirklich günstig ist also beziehungsweise nach wie vor nicht günstig ist wir sehen hier noch weiter 19er kgv das ist gerade wenn man sich eben die wachstumszahlen so um zehn prozent ansieht kein schnäppchen also das kann man gar nicht anders sagen sondern hier ist wirklich noch ein ordentliches premium drauf und agio durch eben natürlich die starken marken die man im depot hat und wenn man sich natürlich insgesamt auch die kursentwicklung ansieht ist hier einfach wirklich brutal zu sehen wie natürlich hier eben der konjunkturverlauf in asien in amerika in deutsch in europa hier ganz wichtige rollen gespielt haben und einfach hier momentan auch aus meiner sicht heraus erstmal zenith erreicht das das heißt ich sehe hier eher ein konzern wo ich mir vorstellen könnte dass das nächsten jahr schwierig wird weil einfach viele analysten jetzt erstmal sehen müssen okay ich habe gerade am eingangs natürlich darüber gesprochen basis effekte sind weg das heißt man hat im nächsten jahr wirklich die möglichkeit die nackten zahlen zu sehen und das wird natürlich auch bei einer lvm h der fall sein und kann dann eben die ein oder andere unschöne überraschung einfach da haben gerade weil der konsument im ersten halb ja vielleicht weiterhin erstmal zurückhaltend sein wird und das im endeffekt dann eben auch natürlich auf unternehmen wie zum beispiel der lvm h abstrahlen kann und das dann im endeffekt sich auch bei den umsatz und gewinnentwicklung entsprechend zeigen wird so jetzt gucke ich noch mal schnell rein und ich kann noch mal so na komm gucken wir mal die unilever ein handelskonzern beziehungsweise ein konsumartikel konzern aus den ich glaube das ist ein mischkonzern aus niederlanden und großbritannien wenn ich es richtig in erinnerung habe moment genau amsterdam und london müsste eigentlich dann entsprechend ja genau wir nehmen amsterdam die sind eine euronext auch und das ist nämlich auch ein schönes beispiel die unilever ist seit jahren wirklich mit einem ganz ganz hohen auf geld gehandelt worden da waren kgf jenseits der 20 kann ich mich daran erinnern weil man einfach gesagt hat die haben starkes markenportfolio also was sozusagen die lvm h im luxus artikelbereich war war die unilever im lebensmittelbereich und da haben einfach viele fondmanager viele analysten immer gesagt die muss man haben die sind eben so stark da positioniert da kann nicht wirklich viel passieren und was man natürlich sieht ist natürlich kann was passieren und zwar das was sie gerade sehen das heißt die kostenseite steigt der konsum geht zurück und schwuppdi wupp helfen auch die marken nicht mehr sondern ganz im gegenteil was macht der konsument der greift dann eben auf die no names zurück und das trifft dann natürlich solche konzerne wie nur unilever ihr seht es hier der oft ebenfalls sehr stark angestiegen und das ist ganz interessant ich könnte mir tatsächlich vorstellen dass die lvm h den unilever machen wird im nächsten jahr das heißt lvm h wäre dann tatsächlich irgendwie hier oder hier in diesem bereich je nachdem vielleicht führen sie also nächstes jahr noch mal hoch gehen und dann im endeffekt diesen hier machen das wäre sozusagen exemplarisch weil das ungefähr die ähnliche situation ist das heißt die unilever ist tatsächlich hier schon vorgelaufen hat einfach viele probleme eben durch die gestiegenen kosten durch transportkosten durch löhne die man natürlich entsprechend an die mitarbeiter zahlen muss die auch gestiegen sind und so weiter und so weiter in den rückläufigen konsum hinnehmen müssen ich denke klar perspektivisch eben markenportfolio ist weiterhin alles in ordnung ich denke wenn man langfristig unterwegs sind sind die aktien interessant lebensmittel könnten tatsächlich im kommenden jahr eine rolle spielen also auch gerade die konzerne die sozusagen die gründnahrungsmittel haben da auch gestern der holger fertig von society general darauf hingewiesen dass die den retail bereich als möglichen überraschungsbranche im kommenden jahr sehen also guck mal rein da gab es tatsächlich dieses thema ja auch noch mal und das könnte dann natürlich auch solche aktien wie eine unilever entsprechend abstrahlen also uninteressant nicht glaub aber nicht dass es wirklich der große burner ist das wird eher so ein unternehmen sein wo man sagen kann ja die perform ganz okay so ein bisschen market performing also sprich wie eben der euro stocks dann entsprechend auch performen wird aber die große performance sehe ich zumindest mal nicht aber ist auf jeden fall eine möglichkeit so ein bisschen defensiver sich zu positionieren und nicht so stark zum beispiel natürlich in den tech bereich oder in halbeter werte rein zu gehen so damit bin ich durch die punktlandung 15 uhr vielen dank dass sie eingeschaltet haben wenn ich das format gefallen hat lasst einen daumen hoch da wenn ich einen daumen runter schreibt mir eure wünsche kommentare aktien anfragen wie auch immer in die kommentarzeile unter dem videofenster ich nehme die dann gerne für montag mit rein für morgen für das klar schiff bin ich tatsächlich schon voll habe ich schon ganz ganz viele unternehmen rausgefunden die ich entsprechend dann natürlich gerne besprechen werde für euch aber für montag da könnt ihr mir gerne ein paar unternehmen mit reingeben würde ich mich freuen ansonsten habt ihr natürlich die möglichkeit auch den youtube kanal von kommen direkt zu abonnieren und ich würde mich natürlich entsprechend auch freuen wenn ihr vielleicht nachher nochmal bei dem podcast vorbei hat kommen morgen die nämlich heute entsprechend auch nochmal auf der kommt nämlich heute nachmittag mit dem wochen rückblick was war in den letzten tagen und die wochen vorausschau bis zum nächsten mittwoch so genug der werbung ich wünsche euch alles gute viel spaß an den börsen noch viel erfolg und bis morgen da gibt es das klar schiff aber nicht live sondern als aufzeichnung beziehungsweise ohne fragen oder eben am montag 17 uhr wieder hier gleiche stelle gleiche welle bis dann macht's gut ciao ciao